hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen photoshop tutorial und heute werde ich euch zeigen wie ihr eure haut umfärben bzw aufhellen oder abdunkeln könnt und das geht ganz einfach mit einer einzigen einstellungsebene also so sah hier mein bild davor aus und so danach und ich würde sagen wir legen los als allererstes natürlich euer ausgangsbildchen photoshop öffnen und im ersten step müssen wir dann einmal eine auswahl erstellen von unserer haut das mache ich hier ganz einfach mit dem schnell auswahl werkzeug hier bloß der auswahl hinzufügen klicken und dann hier einfach über unsere haut drüber malen und wir bekommen so eine saubere auswahl von unserer haut hier zum beispiel ist ein bisschen zu viel in dieser auswahl drin dann kann ich einfach hier dieses minus symbol anklicken und so ein bisschen was von der auswahl wieder abnehmen und dann kann ich hier das ganze ein bisschen nachbessern so zum beispiel ich mache das jetzt wirklich sehr grob also dann müsst ihr euch ein bisschen zeit lassen denn je genauer man das macht umso schöner ist natürlich das ergebnis aber ich würde sagen so ist es schon relativ in ordnung und anschließend kann ich diese auswahl noch ein bisschen verbessern indem ich auf auswählen und maskieren gehe das hieß früher kannte verbessern und kann hier dann zum beispiel noch ein bisschen den radius anpassen ich kann hier abrunden weil ich kann der kontrast die kann ein bisschen verschieben zum beispiel also hier diese auswahl ein bisschen anpassen und anschließend kann ich hier bei den ausgabe einstellungen ausgabe in auswahl anwählen gehe auf ok und ich habe im prinzip meine gleiche auswahl wie vorhin bloß ein bisschen verbessert anschließend gehe ich hier auf das neue ebene bzw neue einstellungsebene symbol und wähle mir hier die einstellungsebene schwarz weiß und dann habe ich hier direkt in meinen ebnen hier diese neue einstellungsebene und sehe ich habe hier eine neue ebene maske und die beinhaltet eben genau hier meine eben ausgewählte haut und hier über diese eigenschaften der schwarz weiß einstellungsebene kann ich nun die einzelnen farbtöne anwählen und hier sind vor allem die rottöne und gelbtöne interessant weil die kommen in der haut vor wähle hier zum beispiel die grüntöne einen anderen wert so sehe ich es hat eigentlich überhaupt keine auswirkungen wähle ich hier einen anderen wert bei den rottönen so sehe ich schon ich habe hier einen ganz anderen effekt und so kann ich hier zum beispiel rottöne gelbtöne ein bisschen verändern und bekommen hier so einen extremen weiß effekt der sehr künstlerisch ausschaut aber in ein oder anderen fällen sicherlich interessant wirkt kann man so verwenden ansonsten zum beispiel hier die deckkraft bisschen runter schrauben auf zum beispiel 20 prozent und so habe ich so eine leichte aufhellung der haut falls man das möchte ein bisschen bleicher ausschauen aber ich denke in den meisten fällen möchte man ja eher die haut dunkler machen so stelle ich hier den ebenen modus von normal auf multiplizieren und schon ist meine haut deutlich dunkler wenn ich jetzt wieder in die eigenschaften rein gehe kann ich das ganze noch bisschen extremer machen zum beispiel hier die rottöne noch weiter runter stellen möglich bis es ganz dunkel wird und hier mit den gelbtönen kann ich so ein bisschen die highlight setzen sage ich jetzt mal also hier relativ matt hier stark betont so was hier wird dann auch möglich aber ich bleibe hier eher im realistischeren rahmen zum beispiel so die richtung und habe dann dieses ergebnis natürlich auch hier wieder mit der deckkraft bisschen rum spielen zum beispiel so ist es bisschen weniger stark und das war es dann eigentlich schon jetzt können wir noch einmal hier auf die ebenenmaske draufklicken uns einen pinsel holen und hier dann so paar kleine details nachbessern wo wir sagen da haben wir unsauber gearbeitet hier zum beispiel noch mal die finger kontrollieren oder auch hier die zähne die werden jetzt ja auch leicht abgedunkel da kann ich hier dann noch mal so ein bisschen drüber malen mit schwarz in den vordergrund dass das hier man sieht auch leicht bei der maske wieder abgenommen wird und so habe ich quasi meine ursprungsfarbe hier bei den zähnen noch drin dasselbe natürlich zum beispiel auch für augen oder für haare da muss man natürlich dann sehr genau arbeiten aber wie gesagt diese schwarz weiß ebene die soll eben nur wirklich auf der haut sich anwenden und das wäre dann im prinzip schon soweit mein ergebnis und ja das war's ich hoffe ich konnte euch damit etwas beibringen bis dann